Hi. Hey, na? Na, was machst du? Ah, ich warte hier auf den Chauffeur. Und du? Ach, ich sitze hier gerade auf dem Sonnendeck. Nee, einfach mal ehrlich. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich vermisse dich auch total. Kriegst du eigentlich gerade die Jacke? Vielleicht. Vielleicht machst du mal die Augen zu. Und vielleicht wäre ich dann gerade bei dir. Sehr gerne, Luca. Das war's. 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 Das war's.